da kommen sie die zwei da habe ich jetzt gerade fotografiert jetzt ein bisschen aufgeregt die wollen jetzt zu mir die denken nämlich jetzt es gibt gassi zwei so süße du bist der papi der sohn jeder kleinere ein ganz empfiffiger ein lustiger kerl der papa hat ein bisschen angst wenn man ganz schnell auf ihn zugeht also also nicht schlimm aber da merkt man da glaube ich nicht immer was gutes erlebt aber die zwei gehen gas stopp machen wir noch mal hier zusammen aber ich habe extra gefragt man kann sie aus der barater die entwicklung sozusagen beide an zu hause kein perfektes video aber besser